Töten ist einfach. In Absolution gibt es hunderte von Möglichkeiten, jemanden umzubringen. Das Schwierige ist, damit durchzukommen und dabei auch noch gut auszusehen. Einige Leute sagen, nicht zu töten wäre die eigentliche Herausforderung. Der lautlose Killer betritt und verlässt die Bühne unbemerkt und tötet nur das Ziel. Es ist ein Spiel, das Raffinesse erfordert und Ehrgeiz belohnt. Der beste Mord sieht gar nicht nach Mord aus. Benutzen Sie Ihre Umwelt. Bewegen Sie sich in ihr. Werden Sie entdeckt, haben Sie nicht automatisch versagt. Aber Sie müssen etwas tun. Sie müssen nicht töten. Aber Sie sollten schnell handeln. Wenn er entkommt, stecken Sie in der Klemme. Umstellt. Tot. Trotzdem. Sie können jederzeit aus dem Schatten treten. Zu töten kann auch ohne Subtilität eine Kunst sein. Beim nächsten Mal verkleiden wir uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017